Die Maschinen AG ist ein international agierendes Unternehmen und Hersteller von hochkomplexen Produktionsmaschinen. Plötzlich der Super-GAU bei einem wichtigen Kunden. Anlagenstillstand. Das Fehlerbild deutet auf ein defektes elektronisches Steuerteil hin. Sofort macht sich der beste Elektroniker der Maschinen AG auf den Weg zum Kunden. Vor Ort dann der Schock. Die Elektronik ist nicht der Auslöser, vermutlich die Mechanik, also nicht sein Spezialgebiet. Der Kunde erwartet einen kompetenten Techniker in allen Disziplinen. Dies ist jedoch aufgrund der Komplexität heutiger Anlagen kaum mehr erfüllbar. Gut, dass der Elektroniker Darwin als Unterstützung dabei hat. Er aktiviert mit drei Tastenklicks Darwin und ist unmittelbar mit seinem Kollegen, einem Mechanik-Spezialisten, verbunden. Dieser sieht auf seinem PC in Echtzeit die Situation vor Ort und kann seinen Kollegen audiovisuell optimal unterstützen. Die hochverschlüsselte Verbindung erlaubt außerdem den Austausch von vertraulichen Daten wie zum Beispiel Schaltplänen. Auch der Anschluss von Spezialgeräten wie Endoskopen oder Messgeräten an Darwin ist möglich. Nun ist die Transformation zum Super-Ingenieur vollzogen. Der Elektroniker der Maschinen AG hat die Gewissheit, dass er jeden Störfall schnell und effizient beheben kann. Gleichzeitig erweitert er nebenbei sein Wissen bei jedem Darwin-Einsatz auf andere interessante Spezialgebiete. Der Kunde ist ebenso hoch zufrieden, da ihm rasch geholfen wurde. Die Ausfallzeit und damit die Kosten konnten minimiert und der Produktionsplan doch noch eingehalten werden. Darwin Connecting Competencies Die Ausfallzeit Die Ausfallzeit von